er hat auch ein bisschen was sie bei ihm die Beinheit nur zwei Minuten um Leise worden mit der Gruppe zu klein auch ausweichen die Redbox und so auch später abgeben ausweichen muss können Attacke na, wo willst du hin, wo willst du hin zu mir ausweichen komm jetzt drauf tot, jawohl fertig, weg hier, weg, weg nochmal, nochmal ach nee, so gut, danke, ich verzichte ich bringe mal ein bisschen was mit alter, alter alter, alter ja sollten einfach mal im Chat gucken, da suchen Leute eh für die Gruppe um� Kursgott das ist egal ja wir sind einfach zu pro wir sind im bar waren im bar was schon wieder mehr oder auch wiederholen er hat noch mal machen wenn es geht zum einen jetzt kann ich heilen schön aber ich würde nicht noch mal machen kannst du mir abbrechen und kannst wirst du aufbrechen ich würde dann doch mal machen jetzt ist aufgeben wieso aufgeben ich will den doch mal machen ich will hier weitermachen ich bin immer mal irgendwo keine Ahnung was tun muss man jetzt hier schlugt schon da hohen die vermissten waffe jetzt auf und halt zu ort brauchen wir vielleicht die Tasso-Urx da kann ich nicht angreifen ist man da hoch oder wie oder was oder wo da muss ich jetzt echt rumlaufen da dort liegt jemand am Boden klick erst den mpc an und helf mir dann du hast ja so Probleme gehabt mit dem ja ah und jetzt irgendwas hier wir müssten entdecken so wie findel ach findel sind die Blümchen Blümchen? das was ich gerade aufgeloadet habe das was ich gerade aufgeloadet habe da war es ein fügelig meins das sind Fichtel das ist für die Lehrlingskurs das ist für die Lehrlingskurs bei dem Schuss nicht da haben Felsenbund und Misty dort wussten sich nicht glücklichen Zimmel das ist ein Täter und dann nicht so die vermissten soll da sein wie leaders aufenthaltsort hier bei mich ja ich hab grad ein wolf ja hier sind zwei ja ich hab so befreit und hab ich zwei Wölfungen aus dem Buch ich bin dabei ich sehe noch grad nichts was du denn Ach, hier was? Warte mal, was geht jetzt hier? Warte, warte mal, bleib stehen. Gott, da schläfst du ja dabei ein, bis der durchgecastet hat. Nee, nee, ich muss das Ziel. Ich habe einen Zielkreis und wer in dem Kreis steht, wird geheilt. Also WoW-Spieler werden hier wahrscheinlich verkacken. Na, bei WoW muss man nicht mehr denken. Da muss man einfach, einfach nur zwei Tasten drücken und dann passiert sowieso alles von selber. Anklicken und war's das. Du musst noch zielen mit deinem Damage-Skills, mit deinem Heilskills und allem. Ja, wenn's ja Heilskills dann nebensetzt, das ist ein Problem. So. Und jetzt... Jetzt habe ich, glaube ich, die wiederholbare wieder angenommen. Oh, jetzt muss man da rein. Oh, ich habe auch die wiederholbare noch mal angenommen. Egal. Ja, wieso kann ich drüber nach E um reinzugehen? Hä? Ich habe mich gerade angelabert. Jetzt bin ich dran. Ich bin nach... Und das ist das Haus, oh mein Gott. Bist du schon wieder woanders? Ja, scheint so. Oh man. Der Meister sagt's. Muss ich jetzt das Haus leer machen oder was? Muss der Tante hinterher laufen anscheinend. Welcher Tante? Wo ist die hin? Weiß ich nicht. Ich bin im ersten Raum. Oh, hier. Die Meletta? Ja. Das ist ne Kaffeekanne. Kaffeefilter. Äh... Ah, jetzt fällt's dir wieder ein. Bitte folge mir. Ach, jetzt ranst du auf einmal? Nö. Doch. Ist zwei Meter gerannt und dann läuft's wieder weiter. Jetzt muss ich in den Keller. Ja. Ja. Dann mach mal auf. Wie komm ich da rein? Drauflaufen und E drücken. Ach E. Ach E. Tassos Keller. E wie eintreten. Mal auf, was sieht, geht's schon wieder los hier. Ach E, was ist denn das? Äh, Krebse? Spinnen? Ungeziefer. Bitte tu etwas gegen dieses Spinnen. Die Spinnen wurde dann für Jagd. Bleib stehen! Die müssen durch ein kaputtes Fenster reingekommen sein. Hier wurden die Bücher, Bücher... Ja, hier sind aber keine Bücher. Sieh mal, die ist mit Bücheregal da drüben. Ja. Sieh dir mal dieses Bücher... Ah, hi! Oh, hallo! Klammer! Klammer! Ihhh Bibi Spinn! Zum Glück habe ich eine OE-Attacke. So jetzt... So jetzt... aus dem regal nehmen die gedichte jetzt bin ich hier fertig spannend anspruchsvoll oh der hat auf mich gewartet das finde ich aber schön in die stadt zurück da oben ist noch mit fest bei der teleport steingrube ich sehe es außerdem brauche ich noch mal ein spinnwebe und noch so ein stein ich brauche Holz und Prozent noch drei Schlüter kommen die Wölfe auf die Schlüter ich glaube ich habe ein paar bekommen von denen weiter was ist das hier alles Quests die ich noch nicht annehmen kann noch mehr Quests die wir noch nicht annehmen können ich brauche ich auch noch findel muss auch neun Stück auch noch sieben noch die abzeichen brauche ich auch noch das kann ich gar nicht looten nein ich dachte ich kann die Blume da abbauen keine loote Blume nein kann man sich die Sachen irgendwie anzeigen lassen oh die ist Stufe 12 ja ich denke mal soweit nach vorne sollten wir noch nicht gehen also gehen wir nochmal zurück gehen und ein paar Spinnen hauen und Wölfe und so ich würde schon mal spontan sagen Sponholz wir können ja den Wolf nochmal umhauen oh nein ja von dem her habe ich aber auch so einen Stein bekommen ja schön nein ich gehe jetzt erstmal noch ein paar Spinnen kloppen bis ich auf jeden Fall die Spinnenweben fertig habe brauche ich noch eins ich sage Findel 3 habe ich jetzt 2 bekommen aus dem Ding Cheater was sind denn die Spinnen die waren doch hier irgendwo hab ich jetzt total in mir schucke ich gucke mal was hier oben ist ich gucke mal was hier oben ist ich gucke mal was hier oben ist ja da liegt noch ein Typ rum der leuchtet kann ich auch nichts mit dem anfangen glümchen 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 ich bin ich bin Cheater! Boah, blöder Pisswolf. Noch zwei. Oh, da hinten ist Erz. Hallo liebe Moorsspinnchen. Ich finde schön, dass ihr in den Akkus seid. Was ist das da? Ein Stein des Rückrufs habe ich erhalten. Oh, ein gelber Stein. Uh. Wilder Uruk. Stufe 11. Lass uns mal durch, damit wir jetzt mal bauen. Oberthof, der wird kurz geweint. Hoopa! Na, das sind doch nur für das Blümchen. Danke! Nach Verlommen. Danke! Uruk Fleisch. 202 Findl. Gib mich findl. Kaffee Salmi. Finnel Kaffee. KS und auf ein Beine brechen und das ist ein Sturz von so einem kleinen Hügel um die Beine zu tun vor Ort kommt der Zeit nicht ausweichen das kann man nicht nix und 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 Die Spinnnetzen habe ich dann schon mal fertig. Die Steinchen haben die auch getroppt. Ziemlich wiese Truppschung. Bäm. Na toll, kein Hund. Bitte warte noch kurz. Bitte warte noch kurz. Bitte warte noch kurz. Na, wenn du so vollendlich fragst, warte ich natürlich noch ein bisschen. Lass mir dann so zwischendurch in die Presse hauen, aber was soll's. Ich hab ja Zeit, ich kann warten. Gib mir so einen verkackten Stein. Keine Spinnnetzen. Oh no's. Oh no's. Wir trocken die gar nix. Na, wir trocken so auch nur selten. Jede zweite, dritte Spinn. Na, na na. Jey, fertig. Findelbrum. Herz und den Schrott. Hupsi. Verklingt. Ich muss mal gucken, ob ich ein Problem schon find. Ich schau' nochmal hinten beim Wolf vorbei, vielleicht ist da grad ne Gruppe. Uh. 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 Erz, 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 Erz! Erz! Was ist denn für ein Cheater? Was denn? Ich renne die ganze Zeit da hinten rum und sehe nichts und kaum bin ich weg, findest du was? Ich hab da hinten gerade alles abgefahren, das respawnt jetzt gerade so langsam alles höher. Suche Gruppe für Thereses. Finger weg von meinem Paladin. Die raided keiner. Ja. Und das nächste Erz. Yay! Das ist lustig ey, ein Torchlade war ein NPC namens Neraz, jetzt ist hier Thereses. 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 Und ein Zwölfchen ist da. Aber keine Gruppe. Doch, es ist ein Poder. Gleich, aber keine Ahnung. Doch. Au! Oh, ich hab mal ein bisschen Betreuung aus, weil ich zählte für mich auch. Oh, noch ein Erz. Mach mal nicht die Erzfangen. Und ich versuche, eigentlich suche ich Holz, aber ich sag's keinem. Ich hab einfach alles mit, was ich finde. Wow. Ganchalf. Moos-Schwingchen. Im dunklen Skomolen, oder wie? So ungefähr. Ja, ja. Das sitzt einer. Ich dachte, das ist eine Blume. Hahaha. Wow. Ehhh. Ein Axelmelder wär cool. Na, das war eben eigene Blödheit, weil der dreht sich so im Kreis und macht eine Auea-Attacke. Jetzt bin ich nicht weggekommen. Uhhh. Oh, das war das. Da haben Hüfe. Ah, da. Blümchen, 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 mein Blümchen. Und die letzten zwei Findel. Und? Nein! Nur eins fehlt. Das ist ein Young-Agro-Wolf. Das auch. Da! Da ist es! 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 Letztes Blümchen! Ich brauche Holz. Eine Blümchen. Oh, fuck you. Yes! Findel werde ich. Oh, da ist gleich noch ein Herz. Nehmen wir alles nicht. Boah, die Gruppe macht überhaupt keinen Schaden. Haben sie auch nicht? Na, ich muss rennen. Ich habe Akro. Ja, ich muss rennen. Ich habe Akro. Miner und so weiter. Das ist ja auch bewusst. Da ist ja auch ein Blümchen. Und ich sehe immer noch eine Kinole. Schöne immer noch ein Blümchen. Es ist ja jetzt ganz schön. Ich habe es auch ein paar W Sommer.